herzlich willkommen zu meinem vortrag explore create share schule 2.0 mobiles lernen beim schul- und bildungsausschuss des deutschen städtetages 2015 in göttingen mein name ist andré spang ich komme aus köln meine hashtags sind mobiles lernen musik und religion und auf social media auf twitter finden sie mich unter tastenspieler ich unterrichte an der kaiser und augusta schule das ist ein städtisches gymnasium in der südstadt von köln dort wo der grüne pfeil in etwa hin zeigt wir haben in etwa 90 lehrende und ungefähr 1000 lernende an unserer schule dieser junge mann schaut in einen 3d drucker und ziert das titelblatt des horizon reports des new media consortiums der horizon report beschäftigt sich mit modernen bildungstechnologien und ihren auswirkungen auf bildung forschung und lehre und erscheint einmal pro jahr und blickt in zeitfenstern zwischen ein und fünf jahren in die zukunft um uns mitzuteilen wie sich diese technologien auf bildung forschung und lehre auswirken für mich ganz spannend ist die relativ neue ausgabe des reports der nun für europäische schulen erscheint die nur sogenannte european schools edition im jahr 2014 ist gerade eine ausgabe erschienen und die enthält folgendes schaubild welches uns trends in der entwicklung genauso wie technologien und herausforderungen aufzeigt wir unterscheiden zwischen den sogenannten fast trends das heißt zum beispiel die wachsende bedeutung von social media auf das lernen und lernen sowie die veränderung der rolle der lehrenden dadurch dann die mit range trends zwischen drei und fünf jahren wobei es vor allem um offene bildungsmaterialien die sogenannten open education resources geht und schließlich die long range trends fünf jahre und mehr also bis zum ende der dekade wobei es dann vor allem auf die evolution des online learnings hinausläuft und auf die analyse von lernprozessen mithilfe von datenbanken bei den technologien sieht es parallel dazu ähnlich aus wir haben zunächst einmal das zeitfenster des cloud computings und tablet computings dann in den nächsten zwei bis drei jahren stärkere einflussnahme von games und gamification und mobilen lernen auf schule forschung und lehre und schließlich die personalisierten lernumgebungen und die sogenannten virtuellen und remote laboratories ja schließlich sind wir bei den herausforderungen die mit sicherheit auf schule 2.0 zu können einmal die lösbaren herausforderungen die sind da sind die lehrten und auch lernenden fit zu machen in der ict also in der informationstechnologie dann die schwierigeren herausforderungen eben authentische lernmöglichkeiten zu generieren und sogenanntes blended learning zu ermöglichen also nonformales und formales lernen zu vermischen und schließlich die schwierigen herausforderungen komplexes denken zu unterstützen und die lernenden als co designer für lernprozesse zuzulassen ja da sind sie nun die sogenannten digital natives rechts im bild sehen sie zwei meiner schülerin nach weihnachten 2013 also zu beginn des jahres 2014 mit ihren neuesten weihnachtsgeschenken und links sehen sie zwei kinder die sich über skype video mit ihren großeltern unterhalten und ihnen ihr neues computer spiel auf dem tablet vorführen in der aktuellen gym studie finden wir ein paar zahlen 88 prozent der sogenannten digital natives der jugendlichen haben ein smartphone für mich viel spannender 50 prozent der 12 bis 13 jährigen haben bereits eine internet flat rate auf ihrem smartphone und ich kann eine kleine anekdote erzählen dazu ich kam vor knapp zwei monaten im mai in eine sechste klasse und hatte eine smartwatch am handgelenk ganz neu bei mir eingetroffen da sagt ein schüler in der letzten reihe ach ach ich habe genau die gleiche und mein nachbar hat auch schon seit zwei monaten eine smartwatch auf meine frage ob die lehrer denn wissen was da am arm ist sagten die schüler nö also für mich war es in der letzten englisch arbeit total super und die mathe arbeit da war das auch sehr hilfreich ja das sind herausforderungen auf die wir in der schule heutzutage eingehen müssen und uns überlegen müssen wie wir mit entwicklungen umgehen ob wir sie verbieten oder ob wir sie nutzbar machen und lernszenarien ändern müssen das macht es auch noch mal ganz schön deutlich in welchen welten die sogenannten digital natives heutzutage leben ich hatte also unterricht in einer fünften klasse und habe die notenschrift erklärt und die schüler fragten mich denn auch prompt was das denn für hashtags vor den noten sind ja heutzutage besonders wichtig für mich im unterricht und in der schule sind die sogenannten 21st century skills die da sind kreativität kritisches denken kollaboration und kommunikation und das sind vier sehr wichtige kompetenzen die wir im übrigen auch in den lehrplänen finden und die wir meines erachtens in den fokus unserer bemühungen als lehrer 2.0 so habe ich das mal genannt stellen müssen ja doch die schule spielt gewissermaßen elfenbeinturm und stellt alles auf den kopf sie verbietet soziale netzwerke und handys und ja macht gewissermaßen noch so ein bisschen weiter wie vor 100 jahren an meiner eigenen schule gibt es ein tablet projekt mit ipads seit dem februar 2011 schon welches ich koordiniere und leite und das tablet projekt gibt uns die möglichkeit auf solche lebenswelten der lernten einzugehen und eben digitale medien im unterricht recht problemlos einzusetzen und konstruktiv zu nutzen aber auch kritisch zu nutzen und eben zu nutzen um kommunikation in gang zu bringen auch mit der außenwelt und eben um über verschiedene plattformen zusammenzuarbeiten also zu kollaborieren hier ein paar beispiele was die schüler damit machen sie erstellen zunächst mal rein standardmäßig präsentationen auf den geräten die sie dann vorstellen aber sie erstellen eben auch ebooks oder sie produzieren videos oder sie produzieren musik machen interviews und vieles andere mehr motto dabei ist eben ein maker zu sein und nicht ein taker also jemand der etwas erstellt und teilt und nicht jemand der einfach etwas konsumiert und runter lädt das sogenannte maker movement und ja weiteren geht es vor allem eben auch um projekt basiertes lernen um augmented reality und um handlungsorientiertes lernen hier nochmal ein beispiel auch was die mobilität der geräte zeigt man kann also sehr leicht mit solchen geräten eben herausgehen externe lernorte besuchen hier drehen fünfklässler vor zwei jahren war das schon einen film über die kirchen im viertel in unserer schule und rechts ist ein beispiel aus meinem unterrichtsraum das ganz schön zeigt wie wir papierfrei arbeiten und so quasi kabellos das ende der kreidezeit ein leuten die lernen und auch ich können sich schnurlos mit dem beamer über ein empfangsgerät verbinden mit ihren tablets und dann gemeinsam inhalte auf einer lernplattform produzieren und teilen und dann auch eben vorne wo die tafel normalerweise hing präsentieren präsentieren ja wir haben vorhin gehört im Reisenreport gamification in ungefähr zwei bis drei jahren wird das bedeutender werden kein geringer als Albert Einstein hat einmal gesagt dass spielen eben die höchste Form der Forschung ist und ja spielen kann man sich in der Tat in gamifizierten Lernszenarien nutzbar machen und die Schüler damit motivieren aber vor allem auch eben das kritische problemorientierte Denken fördern und vor allem eben auch die Teamarbeit fördern ja hier auch nochmal zwei Beispiele die oberen beiden Bilder zeigen meine Schüler beim Spielen des Spiels Minecraft im Unterricht Minecraft ist ein Sandkastenspiel das heißt man hat im Prinzip erstmal eine platte Welt und kann dann gemeinsam eben alles mögliche damit erstellen links zum Beispiel bauen meine Sechsklässler die Kirchen im Viertel die wir vor Jahren noch gefilmt haben auf YouTube Film die bauen die nun mit dem Spiel nach sie haben sich vorher im Netz eben die Baupläne der Kirchen angeguckt und eben auch über Google Maps und Google Earth die Vogelperspektive angeschaut und bauen es nun mit dem Spiel nach und auf der rechten Seite haben wir ein Projekt zum Thema Klimawandel gemacht wo die neuen Klässler eben die Welt vor und nach dem Klimawandel nach der Klimakatastrophe gebaut haben unten die beiden Bilder da sehen wir eine App mit der man tatsächlich selbst ein Spiel programmieren sag ich mal kann also man kann das Spiel zunächst mal designen ganz normal zeichnen und dann eben per Knopfdruck in ein Jump'n'Run Spiel umwandeln dazu auch die Musik machen und die Hintergründe designen und so weiter nochmal zusammengefasst die Vorteile eines solchen Tablet Projekts oder eines Projekts mit mobilen Endgeräten sind zuerst mal ganz wichtig die lange Akkulaufzeit eines solchen Gerätes das eben über einen ganzen Schultag lang durchhält dann die mobilen Einsatzmöglichkeiten man kann es mit nach draußen nehmen oder auf dem Flur nutzen oder Schulhof externe Lernorte besuchen die Haltbarkeit wir haben alle Geräte von 2011 noch im Einsatz und sie funktionieren noch es ist einfach zu nutzen und administrieren das trifft zumindest mal für die iOS-Plattform zu aber für andere Plattformen ist das ähnlich sie sind nicht leicht zu manipulieren es gibt sehr viele Apps die man für Bildung nutzen kann man ist in der Lage mit solchen Geräten Lernkulturen zu verändern wenn man auch einen entsprechenden methodischen Plan hat also Technologie in die Schule bringen per se nutzt erstmal nichts aber mit dem entsprechenden Plan ist man dann auf dem richtigen Weg tatsächlich Lernkulturen zu verändern und die vier Kompetenzen des 21. Jahrhunderts eben in den Unterrichtsraum zu bringen das Projekt in Köln ist zur Zeit sehr erfolgreich es gibt 15 Projektschulen in Köln die mit Tablets arbeiten das Ganze wird auch durch die Uni Köln betreut und evaluiert und das Amt für Schulentwicklung und Amt für Informationsverarbeitung die setzen beide auf solche mobilen Technologien für Kölner Schulen das WLAN in den Schulen wird durch die Stadt Köln bereitgestellt also in diesem Falle durch den Telekommunikationsanbieter NetCologne und dadurch ist der Einsatz mobiler Technologie dann auch sehr unproblematisch und sicher Stichwort freie Bildungsmaterialien auch das haben wir im Horizon Report gehört ja mache du selbst das Bildungsmaterial das du dir wünschst für dieses Internet hat ein Kollege von mir mal designt dieses Foto finde ich passt ganz schön auch das trägt dazu bei eben Lernkulturen und Lehrkulturen im 21. Jahrhundert zu ändern eben gemeinsam Materialien zu erstellen sie bereitzustellen und auch wieder zu verändern in Köln gab es dazu bereits zwei Initiativen die sogenannten OER Köln Camps 2013 war das erste und 2014 das zweite im Jahr 2015 im Herbst gibt es ein Digital Education Day an dem es wie der Name schon sagt vor allem eben um Bildung mit digitalen Medien geht aber auch eine untersparte OER wird es wieder geben in diesem Jahr in Köln in Köln gibt es eine weitere Besonderheit es gibt ein sogenanntes Schul Wiki für alle 240 Kölner Schulen das kostenlos von der Stadt Köln bereitgestellt wird und das die Schulen als offene Lern- und Arbeitsplattform für ihre Lernenden nutzen können man erreicht es unter der Webadresse wiki.stadt-köln.de ja ich nutze das Wiki sehr gerne um eben Lerngruppen übergreifend Materialien zu erstellen zunächst auf dem Wiki und dann mit entsprechenden Apps auf den Tablets zum Beispiel hier in E-Books weiterzuverarbeiten auch E-Books in denen es zum Beispiel auch tatsächlich Apps und Games gibt die die Schüler selbst programmiert und hergestellt haben auch viele Bilder, Videos, Präsentationen also ein ganz großes multimediales Angebot in diesen E-Books neben dem Text-Content der natürlich auf jeden Fall auch in ein Book gehört auch wenn es ein E-Book ist ja zum Schluss nochmal ein kleines Zitat was ich auf Twitter gefunden habe und was ich finde ganz gut zu dem passt was ich ihnen erzählt habe Strong teachers don't teach content Google has content Strong teaching connects learning in ways that inspire kids to learn more and strive for greatness also es geht wie Sie sehen nicht um das Vermitteln von Content sondern eben Lernen und Lehren zu verknüpfen ja Stichwort auch es geht um Interaktion und eben auch um Beziehungen zwischen den Lernern und um Inspiration um die Lernenden zur Größe aufstreben zu lassen ja Strive for Greatness das machen zum Beispiel diese drei die im Projekt Cas Junior Experts ihr Wissen im Bereich der digitalen Medien und Apps an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln im Makerspace der zentralen Stadtbibliothek in Köln weitergeben in sogenannten Maker Workshops die sie an Wochenenden samstags kostenlos in der Stadtbibliothek anbieten für Bürgerinnen und Bürger der Stadt und das wird sehr gut angenommen und die Schüler ja lernen dann eben durch Lehren in authentischen Lernszenarien dann noch einmal vielen Dank fürs Zuhören Zuschauen bei meinem Vortrag Explore Create Share Schule 2.0 mobiles Lernen im Rahmen des Schul- und Bildungsausschusses des Deutschen Städtetages 2015 in Göttingen die gezeigte Prezi finden Sie unter der angegebenen Webadresse bit.ly slash Städtetag 2015 die entsprechenden Links dazu finden Sie auch unter dem Video im Kommentarfeld Informationsfeld klicken Sie doch gerne rein und ja ich freue mich über Feedback Machen Sie es gut und teilen Sie und lernen Sie gemeinsam ver Manhattan ein 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 ein